Herzlich Willkommen bei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Juliane Megow in Rostock. Wenn in unserer leistungsorientierten Zeit psychischer Stress und Überforderungen in den Alltag einziehen, helfe ich ihrem Kind Probleme zu bewältigen und ein seelisches Gleichgewicht wiederherzustellen. In meiner Praxis behandle ich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 4 bis 21 Jahren mit Hilfe störungsbezogener psychotherapeutischer Methoden, die individuell auf den Patienten abgestimmt werden. Eine vertrauensvolle Beziehung und ein warmherziges Miteinander stehen in der Therapie an erster Stelle. Ich freue mich auf Sie!